Ein Toyota Auris ist hier zum Verkauf angeboten. Die silberne Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 38.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2008. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, elektrische Fensterheber, elektrische Seitenspiegel, ABS und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 97 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 6.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir Informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.